Der Hackfleischhack, hast du den zu wie immer alle, ja? Weiß nicht. Weiter geht's nicht. Sieht so aus. Hey, ich hab ne Idee. Vor allen Dingen ist da hinten ein Beet, wo du zur Busse gehen musst. Nein, das machen wir nicht. Wir hören jetzt auf zu spielen. Warum? Nein. Komm, komm her, du kannst kommen. Die Bösen sind weg. Cody, was wird das? Vertrau mir. Na komm, hoch. Hallo. Könntest du uns mitnehmen? Wir müssen darüber. Mitnehmen? Darüber? Ach, na guck doch. Nein. Kennst du, die auf TikTok sind doch manchmal so kleine süße Videos von diesen kleinen Springspringen. Weißt du, was ich meine? Ja. Die sind doch, eigentlich sind sie niedlich. Ja, doch. Ich kenne halt meinen Garten. Die ist für dich, May. Danke, Cody. Was ist mit dir? Ach, wir finden noch eine zweite. Komm, lass uns los. Guck mal, kannst du hier vielleicht... Oh, wie schön für dich. Kannst du mir helfen, auf die andere Seite zu kommen? Okay, ich seh mich um. Ich brauche hier etwas Hilfe, May. Okay, das funktioniert. Vielleicht einen Moment warten soll. Oh, meinst du? Das gehört dazu. Ah, okay. Noch einen? Oh, ich vermisse, es in den Wäldern wandern zu gehen. Hallo. Hallo. Ich bin die Spinne. Oh, nee, musst du auch machen. Oh, nee, musst du auch machen. Oh, ja. Gefangen. Oh, prächtig. Na, mach schon, Spinne. Du kannst sie sehen. Ach, die Ene sind doch immer 30 da. Die kennen sich wohl. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich dieses Jahr gar nicht so mit Insekten... Also jetzt, ob das nur Spinnen sind oder diese kleinen Fruchtflüge oder so. Ich habe dieses Jahr gar keine Probleme groß. Schön, dass wir eine für dich gefunden haben. Ich hätte nie gedacht, mal auf einer Spinne durch unseren Garten zu reiten. Weißt du noch, wir wollten doch immer eine Dschungelreise machen. Ja, ich vermute, näher kommen wir da nicht dran. Oh, viel besser. Wir haben Spinnen. Ach, du musst da rumlaufen. Auf geht's. Ach komm, sie sind schon möglich. Ich würde sie gern behalten. Nein. Aber mit Stückchen hast du auch keine Probleme. Was ist da der Unterschied? Was ist da der Unterschied? Na, dann wird's Zeit. Was ist da? Nein. Ach komm, schon. Die Itzy Itzy Spider. Nicht? Das ist echt coole Dreck drauf, Stimmchen. So, eine starke Spinne. Oh. Ich bin's. Ich bin's. Der ist noch oben. Oh, die sind gut schnell. Die sind wirklich, wir machen gut, äh, wie, wie sagt man? Strecke. Ja. Und du musst es zielen lernen. Das sieht immer aus, als ob du vorbeiziehst, zielst. Oh, ja. Absintheit. Ich hatte jetzt nicht vor, woanders hinzugehen, weil die Spinne mag ich. Und jetzt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Kann ja wohl nicht wahr zum Schwein, hä? Ich bin's hier am Baum. Hm, guck mal, wo ich bin. Weiß ich nicht. Da musst du hin erstmal. Weil ich bin hier drüben. Ich komm hier nicht weiter. Ja, aber ich komm nicht rüber. Nein, geh mal zurück. Spring. Oder was auch immer. Ja. Jetzt nach rechts. Genau, dahin. So, du musst jetzt das, was da lila ist, wegschmachen. Ach so. Genau, dass ich da lang kann. Mit Spinchred. Vielen Dank. So, und jetzt kann ich dir nämlich, glaube ich, helfen. Ah ja, genau. Okay. Was gab's bei dir zum Abendessen? Ähm, geschnitzeltes. Ach so, schnitzeltes. Mit Reiß. Mit Scheiß. Was, eine braune Witwe? Was, eine braune Witwe? Mhm. Scheiße. Oh, das ist Mama. Mama Spinne. Jetzt verstehe ich's. Sie ist ihre Mutter. Oh, was für eine niedliche Familie. Ja, total süß. Hab ich nur erkannt, dass es die Mama ist, wegen den, äh, Augen. Ja. Wahrscheinlich ist die Familie deswegen so glücklich. Ja, war gut. Boah, ich dachte die. Oh, danke Spinne. Na los, Cody. Geh'n. Freundlich. Also wirklich. Kann man nichts sagen. Für alle, die Angst vor Spinnen haben, geht doch mal in euren örtlichen Zooladen und fragt doch einfach mal, ob die mit euch zusammen so eine kleine Phobiestunde machen können. Kann man tatsächlich machen. Oh, nein. Aua. Oh, ich bin hochplatz runter. Oh nein, oh nein, oh nein. Das war's zu Ende. Okay, ich hole runter. Klingt doof, ist aber so. Und nochmal. Ich bin hoch. Da! zu spät wir sollten hier ganz schnell verschwinden ich würde ja eher sagen probemann aber wir haben gerade erst alle fangen und er fragt schlange bist du fertig du hattest die video links nicht mehr geschossen die ganze zeit aber immer doch dafür bin ich da nicht kaktus hätte man aber auch ein bisschen netter machen können ich weiß nicht ob ich das will klingt nach deiner schwiegermutter vielleicht warst du große ratte ich lasse dich einfach damit kennst du dich ja mittlerweile aus ich glaube er ist tot ja ja ich hab dir doch erzählt dass sie meinen garten ruinieren ich dachte ich wäre sie losgeworden tja falsch gedacht ach was ok sie schlafen weck sie einfach nicht auf wir müssen aber an ihnen vorbei wenn wir sie aufwecken sind wir erledigt entspann dich ok beweg dich vorsichtig na klasse langsam Sam, Sam.